Hallo und wieder willkommen zurück hier bei 7 days to die mit dem Onkel und dem Haltstuch Ja hallöchen, crazy und da hast du das Haltstuch Ja vorhin hast du kein Gesicht gehabt, du warst gesichtslos, schwarz Kein Witz, ich kann hier echt nix machen, ne, obwohl, warte mal, du hast ja die Fackel dahin gehangen Warum? Du kannst doch deine Axt nehmen und kannst dabei das Holz weiter ausbauen Ja ja, das hab ich ja gerade vorgehabt Ich hab Zombie gehört Ja, aber du geh raus und schieb Wache, genau Über Angst Da Ausbauen, ausbauen, ausbauen Ich hör doch schon wieder was Ja ja Aber es wird ja hell Geh weg bitte Du stehst genau Ausbauen Oder wird's hell? Ne noch nicht Scheiße Kacke Wieso kann's nicht hell werden? Das Ding ist, ich denke nochmal, wir locken die Zombie so an mit diesem Der Schrank ist so riesig, ey Ja, ne, das ist, das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, das sieht aus wie ein Hängeschrank, das ist irgendwie fehl am Platz, ne Ist nicht wirklich ein Hängeschrank, das ist einfach nur ein Schrank, der irgendwo an der Wand hängt Ist doch ein Hängeschrank Ist doch ein Hängeschrank Oh, es wird hell Ja Und wir müssen definitiv, wir sind hier, wie ihr schon seht, Tag 3, wir müssen definitiv die Bude fertig bekommen Weil Die Zombies musst du weghauen Die Leichen, die kannst du weghauen Ja, die roten aber auch Sieht aber so schön aus Jetzt ist hier alles blutig So, ich hab auch gleich den Boden fertig Mit dieser Metall Mit diesem Metallspaten funktioniert das doch echt 1A Den ich gefunden hatte Ja Ja logisch, geht schneller als mit dem Holzspaten, ne Oder Stein, je nachdem Genau Ja, ich freu mich auf jeden Fall, wenn er schon, ehrlich gesagt, wenn Rewano dann später wieder bei sich wird, da freu ich mich schon drauf Aber das Das wird wieder ein Akt Der wird sich wieder über alles aufgeilen Ja, und wir können uns aufs Baum konzentrieren und der Rewano redet Genau Aber das wird noch ein Stück dauern Aber wir können euch auf jeden Fall schon mal versprechen, dass er dabei sein wird Wann Ja Können wir sehen Da So, Fußboden auch soweit ausgebaut Ja, geht klar Meine Fähigkeit wird immer besser Durch das ganze ausbauen Aber die Schaufel verabschiedet sich gleich, verdammt Ich hab keine mehr Oder warte, ich kann nicht mal gucken, ob ich eine bauen könnte Mir fehlen nämlich auch die Materialien zu so einer Werkzeuge, ne Was fehlt mir? Mir fehlen Teile? Ich hab ne Steinschaufel Brauchst du die? Ja War das die? Ich kann die Warte mal Ich hab mal vier Stück gebaut, ne Ich hab jetzt diese Schaufel Ach guck mal, die kann man dann reparieren Alexander Bell Die kann man dann reparieren Ja, ich hab vier Stück gebaut Vier Steinschaufel Ja, aber diese Metallschaufel Die kann man reparieren Die bleibt im Inventar Die geht nicht kaputt Die bleibt im Inventar Die kannst du reparieren Die kannst du bloß nicht mehr benutzen Hallo, kann ich rein? Ne Nein Warte, wo ist die nächste? Da Aber ich die hier einzeln alle rüberschieben muss Das ist ja das Blöde Äh, jo Jetzt Hä, ich kann gar nichts mehr machen Achso Du guckst gerade Hans, guck in die Luft Naja, aber ich Komm gerade überhaupt nicht klar Wir haben fruchtbare Erde Und so ein Zeug Das ist gut Ich hau jetzt mal alles hier rein Was ich nicht brauch Bin jetzt schon Level 14, Alter Oh, ich hab hier sogar noch einen Verband Das könnte ich mir mal anlegen Ich würd warten Wir haben 38 Grad Fahrenheit Steht hier bei mir Über den Regenschirmen Ich bin vorher nicht da So, der Schrank ist voll Okay Weißt du, was ich mal mache? Ich geh mal raus Ich brauch mal Starrel Die Fenster Ja, bitte Ja Ja Ist halt, wenn du hier baust Du bist du so konzentriert Das ist Wahnsinn Das konzentriert meist mehr Als so eine Zombie-Horde Ja, haben wir ja gemerkt Nicht deshalb wieder überrannt werden Wie vorhin Im vorigen Part War ja so heftig, ey So Der Innenraum wäre soweit fertig Kann ich noch Stacheln bauen? Ach, mir fehlen Steine Wäre gut, wenn ich welche bauen könnte Steine? Was fehlt mir denn da? Ach, Holz Eisenfall Boah, ich geh mal kurz Hier Knochenklinge Für was ist die gut? Ich geh mal kurz Holzfarm Keine Ahnung, für was die gut ist Diese primitive, behelfsmäßige Waffe ist auch nützlich zum Ausweiten von Tieren Eine Waffe auf jeden Fall Zum Ausweiten von Tieren, ja Also wir brauchen Unter anderem Wir müssen das Haus fertigstellen Und dann brauchen wir Nahrung Wir haben nichts mehr Das ist ein Messer Wir haben nichts mehr Nahrung Wir haben nur noch ein verschimmeltes Brot Blech Und das war's Der Stammsteinachs War denn das? Was denn jetzt genau? Na die, 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 die Holzstämme, die ich hier hingehauen hab Unterhäuser? Doch nur Holz Unterhäuser, oder? Doch eigentlich nur Holz Müsste eigentlich theoretisch Wieder bei Haus Oder bei Waffen Aua Wird ja eher zu Waffen zählen Weißenpfeil, Holzburg Pfeil Ja, danach brauchen wir Metall Dann kann man die Häuser aus Metall bauen Aha, okay, interessant Ich merke gerade, hier oben fehlt was So Ick Ich brauche einen Verband Ich bin voll in die Stacheln gerannt Luftkanal Was bringt mir das? Im Glück hat er ein bisschen reich, oder? Kanalrampe Ja, weiß ich nicht Metallschild Kann ich auch bauen Das ist doch vielleicht gut Zombie-Abwehr, ne? Ganz viele Metallschilder kann ich bauen Ein Weiberlattenzaun Es steht hier wirklich Ach nee Ach, das soll ein SZ sein Alter, was? Kein weißer Ein Weiber Oh Ey, das soll ein SZ darstellen B Jetzt ohne Mist, Alter Hätten sie auch Doppelessen nehmen können, ne? So Habe ich denn hier Goldrutensamen Das Boah, wenn es jetzt Zombie sein kann, haben wir ein richtiges Problem Oder Erde, um Goldruten zu züchten Aus denen Tee gemacht werden kann Soll ich das machen? Was? Ja, Goldrutensamen Die kann man pflanzen Und daraus kann man dann Tee machen Ja, und zwar hast du hier im Schrank Äh, fruchtbare Erde drin Die habe ich reingelegt Bist du da gucken, wie du das vielleicht machen kannst Oder kannst du dir einfach so in den Boden stecken? Jo, wahrscheinlich Fruchtbare Erde und dann, flupp, ab in den Boden Fruchtbare Erde, fruchtbare Erde, fruchtbare Erde, fruchtbare Erde Wo ist die fruchtbare Erde? Ach, da Jo, das ausbauen dort ein bisschen Ja, ist doch normal So Fruchtbare Erde da rein Dieses Gelegge, Alter Und Wo war das andere Zeug? Mein Tee? Da So Soll ich es hinmachen? Ne Ich muss wieder Holz Ich muss wieder Holz sammeln Was denn? Fruchtbare Erde Ja, ich würde sagen, dass du Dass wir die Ja, wo bist denn du? Das sind Blöcke Das sind auch Blöcke Ach geil Ne, da wusstest du doch sowieso ausbuddeln erstmal Nö, kann ich da hinbauen Aua, ich bin schon wieder in die Stacheln gelatscht Würde ich sagen, komm mal her Ne, kann ich nicht Ich habe eine Schaufel Ne, hast du Ja, habe ich doch Wie viele hast du Blöcke Wie viele hast du Blöcke? Hallo? Kann ich hier hin? Wie viele hast du Blöcke? Fünf Von der Nee Von der Erde sind's 41 Wah Das ist die fruchtbare Erde Ja, aber es ist doch vielleicht besser, wenn du die so in ein Loch rein tust, oder? Ich habe schon probiert Achso, ich wollte das Holz sammeln Zölz Hm, da die, da die, 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 die Farmen, Farmen, Holz, Farmen Ja Wenn ich so den, den Den Tee Den kann ich nicht in Erde reinhämmern So, liebe Freunde Ich habe auf jeden Fall eine Idee für den, für den nächsten Ab dem nächsten Part Wie man euch auch so ein kleines bisschen besser unterhalten könnt Nebenbei Das Let's Play So, das sehen wir hier Nächstes Mal Wenn wir hier bauen Denke ich mir mal Ist das bestimmt für euch nicht unbedingt sehr schön zum Anklicken Hä? Ehe Ich bin wieder dunkel, Alter Ich gehe krachen Ne Oh Alter, hier geht alles kaputt Ich tue ausbauen Bevor ich hier irgendwas anderem mache Ja, das meint es Ich mache mir schon die ganze Zeit ausbauen Plus ich brauche jetzt halt Holz Weil Irgendwann ist es halt auch mal alle Du meinst nicht Du wüsstest du jetzt die Achse Ich habe sie doch gerade gebaut Oh, ich habe noch 99 Wird es langsam doch eng Ja, nur irgendwann kommt der Tag So, das wird dunkel Jetzt richtig dunkel Ja, ich bin noch am Holz sammeln Ja, die kommen ja erst ins Stockduster wird Noch ist es ja noch in Ordnung Kein Holz mehr Und ich brauche es zu trinken Verdammt Ich brauche Holz Da ist ein Baum Ja, die Sonne, die scheint doch wie Sau Was willst du denn do? Hä? Nee Äh Wo ich im Gebäude drin war War es irgendwie dunkel Gebäude Im Haus Wo den Riesenbaum fällen Ja, ein 500er Jawoll Ich habe ein 1000er hier Weil er lange dauern würde, ne? So Wenn der mal schneller Hauen würde Ich habe schon noch ein Zombie irgendwo gehört War wieder War nicht Nee, gehört, habe ich gesagt Das sieht schon ganz schön schön aus Das sieht schon ganz gut aus Wenn man hier so von der Seite in die Richtung guckt Ach, Alter Wenn man hier so ankommt Stimmt, wenn wir hier hingehen Wenn du hier runterläufst Das ist die gescheite Sonne Komm, läufst du zum Haus Wird es neblig Ganz cool Ist doch duster, ne? Doch duster auf einmal, ne? Mhm Irgendwie komisch Hier ist ein Baum Der ist viel kleiner Ist aber auch ein 500er Komisch Sehr komisch Der nächste Baum fällt Jos, 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 Jo, Jo, Jo Noch einer, noch ne Eiche Das ist doch ne Eiche, oder? Die Weisen ist doch Eiche, ne? Ich bin langsam... Oh, was ist denn hier los? Ich hab 92 Gefahren heute. Hä? Ja, das hab ich auch mit dem Grat. Hab ich vorhin auch gehabt. Ich hab... Was hab ich denn hier? Über mein... Über mein... Mein Laufding hab ich irgendwas komisches mit einem Plus drin. Ja, irgendwas ist... Du bist verwundert, ne? Oder? Ey, da kommt was runter von oben. Von wo? Komm mal her. Das ist ein Dings. Das ist so das... Ja. Supplies. Scheiße, wollen wir da hinrennen? Wo ist das, Alter? Das ist doch gleich in der Ecke. Na eben. Ach, das ist auch... Einmal übers Wasser, oder? Ne, noch nicht. Latscht da jetzt hin, Alter. Ja, ich bin ja mit dabei. Hab ich gerade nur durch Zufall gesehen, Alter. Geil. Aber wo ist das jetzt gelandet, ne? Sehen wir jetzt nicht mehr. Scheiße. Einfach geradeaus. Glaublich, wenn die Zombies sind. Okay. Okay, wir haben dann hier auf jeden Fall noch zu luden. Okay. Scheiße. Was denn? Scheiße. Ich glaube, hier soll wohl jetzt nicht... Oh, Mann. Ich habe ein Messer. So, haben wir es uns getrauen? Oh, was denkst du denn? Na, klasse. Okay, aber wir wissen, wir haben hier eine Stadt. Wir können sie benutzen. Aha. Mami. Ich muss weg. Was ist denn? Alter, der zieht mir Energie ab. Was denn jetzt? Ich sterbe. Ich mache überhaupt nichts. Ich laufe. Ich bin tot. Hä? Warum? Geblutet. Hä? Hier sind die Bienen. Hier sind Bienen. Ach, nee. Bin ich jetzt durch Bienen gestorben, oder was? Also, bei dir hier sind... Bei dir ist nichts. Wie wird gestartet? Kleiner auf dem Bett. Okay, ich kann nur auf dem Bett wieder spawnen. Scheiße. Macht doch nichts. Ich bin doch hier... Soll ich den Rucksack mitnehmen? Ja. Klar. Ach. Ja, wenn du... Kannst du doch gar nicht mitnehmen. Alles. Au. Ach, jetzt bin ich tot. Nein. Nein, ich bin nicht tot. Ach, hier ist ein... Dreckiger... Scheiß. Ähm. Du bist durch so einen... Liegenden Zombie gestorben. Nicht jetzt? Ja. Nein, habe ich nicht gesehen, Alter. Ach, du Schau. Ich muss weg. Gucken, wo mein Rucksack ist. Oh, fuck. Ja, einfach in meine Richtung. Jetzt bin ich gestorben. Nein. Doch. Hier sind die Zombie-Massen. Wo ist mein Rucksack? Alter, alles weg. Alles weg, Leute. Alles weg. Okay, wir brauchen dann unbedingt noch einen Lagerschrank im Schrank... Hä? Was? Erscheine im Bett. Erscheine auf dem Bett. Hier wird's angezeigt, im Prinzip. Der Supply. Aber ich seh's nicht. Hö, hier ist ein Brenner-Zombie. Aua. Das sind doch... Das Blaue sind Rucksäcke, Junge. Ich seh den nicht. Hier. Aua. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Äh, ich bin im Arsch. Ich sterbe. Jetzt mal weglocken, Alter. Das geht so nicht. Genau, lockt die weg. Ich hole den Rucksack. Boah, Alter. Hier ist eine ganze Rolle hinter mir her, ne? Ich seh dich. Aber ich hole den Rucksack. So will ich es wieder Waffen haben. Ach, du Sau, sind das viele. Ja, na, die rennen ja zum Glück nicht, ne? Ich warte, bis die um die Ecke sind und gehe zu dem Rucksack. Halt. Wo bist denn du? Boah, Alter. Ich bin bei dem Rucksack. Warte, ich muss aber schnell was machen. Ach, hin, Alter. Ach, wo ist denn meine Figur wieder? Hier. Los. Zeit. Da. Da. Und auch einfach alles mit. Ach, geht ja nicht. Da geht das. Ich lege es so an. Vielleicht geht das. So. Ich muss erst mal, ich habe, die ganzen Klamotten sind ja auch dabei. Da muss ich jetzt das mal schnell anziehen. Oh, hallo. Was ist denn hier los? Das war ganz schön. So, hier ist irgendwo mein Rucksack. So, also dein Rucksack, den habe ich eigentlich gelootet. Eigentlich. Naja, oder immer noch die Passung. Aber da ist noch was drin gewesen. Ja, ich habe ein paar Sachen so noch drin, sagst du. Und wo hast du dein? Deiner wird da auch. Nein, nein, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Deinen hast du? Ja, ja. Los, zurück zum Haus und renn. Dass die uns nicht folgen. Du hast meinen gelootet und dein? Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe dein. Das, was du drinnen hattest, jetzt noch dem kleinen Rucksack, das kleine Bisschen, das war noch drin. Den Rest hatte ich Platz gehabt. Ich habe doch mein Inventar und das Haus leer geräumt. So. Du gehst mal weg, Jörg. Folgen die uns? Quatsch. Ach, Sichtfeld 30 Sekunden nochmal eingeschaltet. Aber das Supply, das habe ich nicht gesehen. Ja, wir wissen ja, in welche Richtung, dann gucken wir später nochmal. Das wird irgendwann weg sein, ne? Ja, mir egal. So, hä? Warum bist du jetzt ausgerüstet? Hä? Ich habe deine ganzen Klamotten hier noch. Wie kannst du denn du ausgerüstet sein? Bin ich nicht. Doch. Nö, bist du nicht. Nein, bin ich nicht. Bin ich ausgerüstet. Ab nächstes im Inventar. Hier. Das wackelt immer, wenn man das wegschmeißt. Das sieht komisch aus. Was brauchst du noch alles? Mach hier den Hut. Alles. Alles. Ich seh doch nicht. Ich, Rivala, sag ich schon. Ich seh's doch nicht. Du bist bei mir voll angezogen. Ach, wieso? Ey, dieses Gelänge, Alter. Ach, siehst du? Ich brauch nämlich auch noch was zum Anziehen. So. Nee, doch nicht. Nee, das gehört noch dir hier dann, ne? Das. Mein Hut. Mein Hut ist weg. Ich hab meinen Hut fallen gelassen. Weiß ich nicht, ob das mir gehört. Hemd? Ja, kann sein. Ja. So, okay. Eine Axt. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Da ist die Axt. Hemd. So, jetzt stößt du wieder das ganze Pflanzenkram hier rein. Gut. Mein ganzes Holz ist halt auch weg, ne? Alles weg. Ja, das hab ich ja hier. Ich geb dir mal die Hälfte hier in den Schrank rein. Weil ich hab ja auch noch Holz gehabt. Schuhe. Hose. Hose. Ich will jetzt die Bude erstmal ausbauen. Ich kann jetzt das nur nämlich nicht um dich kümmern, ey. Das funktioniert noch. Das geht noch. Ich baue mal erstmal jetzt eine Tür rein. Ach. Druckblatte. So. Ach, ich brauche es natürlich wieder. Ich brauche zwei, ne? Ich krall mir mal einen Baum. Ich bin mal den Baum auseinander hier. So. Ich hab so viel gehabt. Ich hab Holz gehabt. Ich hab Metall gehabt. Ich hab Eisen gehabt. Und keine Ahnung worden hier alles. Einmal den Scheiß. Ich hab drei Metall hab ich hier. Ja. Ja, haus alles in den Schrank rein. Ich hab definitiv deine Sachen mit, aber ist das scheißegal. Nimm die doch eh zu zweit. Ja, haus alles in den Schrank rein. So ein Tee hab ich gerade eingesammelt. Immer mitnehmen, ne? Pflanzen musst du am besten immer mitnehmen, weil man die immer gebrauchen kann. Hier für Heilmittel und so'n Scheiß. Ach, schon wieder Fällen, ey. Ach, dieses Baum gefällt, das... Ne Kettensäge wär nicht schlecht. Wär schon schön. Nein. Ach, fäll ich den Baum mal mit der Hand. Hehe, so macht man das. Baum gefällt, mit der Hand. So. Kann ich aber kein Dings mehr machen. Kein, 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 kein. Keine Axt. Ich hab doch noch ne Axt. Eine, ich hab fünf gehabt. Alter. Sag halt, du hast nicht alles mitgenommen. Ich hab, mein Inventar war ja voll bis oben hin. In die Tür, wie geht die auf? Dreieck, ist ja dort. Aus. Ja, ich kann nix machen, weil ich hab keine Axt. Ähm, wo ist der Schrank? Hier. Irgendwas drin? Wir haben was Brauchbares. So wie ein Stein oder so. Schaufel, 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 Schaufel. Aber keine Axt. Stuhl. So, das tun wir mal hier rein. Schönheitshalber. Ja, mach mal den Stuhl hier hin. Was soll denn das? So. So, wie sieht's denn aus mit Fenster? Wie sieht boden nicht aus? Kannst du Fenster oder sowas machen? Ich kann nix machen. Ich hab da nix. Wenn ich die Kabe kann ich nix bauen. Ja, aber. Das ganze Inventar ist ja weg. Nein, möcht ich nen Holzscheiß machen. Was? Nein, möcht ich nen Holzscheiß. So, okay. Was, 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 wie? Holz, so ein Holzfenster hier. Was ist ein Holzfenster? Ja, wie viele Fenster haben wir? Zwei, vier, siegt. Jeder Seite zwei. Ja, stimmt. Ach, Fenster. Holzklappe. Wozu ist denn der Stützbalken? Wird für Basen verwendet. Kann mit Holz und Bauwerkzeugen aufgewertet und repariert werden. Kann mit Alteisen, Betonmischung und Geschmier... Wozu ist denn ein Stützbalken? Ja, zum Stützen. Zum Stützen. Wow. Zwo, drei, vier... Holzleiter. Willst du noch ne zwei Etage bauen? Holzleiter. Das ist das eigentliche, was ich jetzt erst mal machen will, ist ja alles dicht. Holzrahmen. Innendecke. In... Innenecke. Das ist doch gleich. Boah, Alter. Das ist gelecker. Rampe, schräge Holzsäule. Ja, wir sind schon wieder über der Zeit, aber ich will jetzt das Heus noch fertig bekommen. Rotholzsäule, okay. Ich will mich ein bisschen in Sicherheit wiegen, obwohl ich weiß, wir sind damit nicht sicher. Ich auch nicht, weil ich keine Waffen habe. Weil die Zombies hundertprozentig da ranklopfen, drei, viermal und dann ist alles weg. Klop, klop. Aber erstmal... Erstmal haben, ne? Leider Holzrahmen. Rampe. Gesicherte Aufbewahrungstruhe. Nimm ich. Das kannst du mal bauen, ja. Das ist halt nur so ein kleines Pupsding. Wirklich nur klein. Soll ich es auch mal an die Wand anbringen, ja, ne? Oder? Ja. Oder soll ich es hinstellen, neben die Betten? Irgendwo haben. Wie kann man das denn immer nur schief hinstellen? Das ergibt keinen Sinn. Du musst es an die Wand dran stellen, dann richtet es sich aus. Mein Bett ist doch auch gerade. Ja, aber wenn du es dann drehst, dann ist es schief. Komischerweise. Oh. So. Da. Giste. Oh, das war viel größer. Alter, das... Ich glaube, das doppelt ja sogar von dem... Und jetzt den Schrank von der Wand nehmen, ja? Das ist nämlich irgendwie scheiße. Ja, ja. Eben, so. Dann werde ich meinen ganzen... Ganze leeren. Die musst du mal kaputt machen. Ich wäre es dichtbar und dann kann ich dir alles machen, was du möchtest. Kann ich denn alles rüberschieben? Ach, R3. Ne, eben nicht. Kann ich nur das komplette von dem jeweiligen... Dings. Ja, ja. Aber nicht das komplette Inventar. Brrrr. Boah, ich wollte nicht ganz, wenn ich das dicht habe, ey. Bumbumdose. Das. Das. Feder. Patronenhülse. Und die Eisenschaufel. So, das ist die Tür. Ach, du Scheiße. Ich vollpfasten. Was hast du das gemacht? Ich habe acht Türen anstatt Fenster gemacht. Dann mach die Türen... Dann nimm die Türen und zerleg sie. Dann hast du ja wieder Holz. Dann kannst du ja Fenster machen. Hast du ein Fenster gemacht, Alter? Ein Holzfenster. Nicht aus Glas. Pff, keine Ahnung, warte mal. Doch, die sind aus Glas. Puff. 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 Das ist aber dreckig, das Glas. Ist doch mir egal. Oh. Ach, bist du ein Vollpfosten. Die falsche Taststücke drückt. Das ist doch jetzt nicht dein Ärmst. Och, Mann, ich verwechsel die das mal an die Tasten, Alter. Die gehen einfach nur kaputt, das ist ja doof. Na klar geh nicht einmal. Aber es wird nicht zerlegt in Einzelteile, so wie sonst anderes Zeug. Aber der Rahmen ist noch da vom Fenster. Mhm. Wo ist denn das Scheiß-Fenster jetzt? Da ist noch was als Fenster. Möchte mich gerne auf den Stuhl setzen. Da ist ja auch Zombies schnell nieder. So ein Fenster. Hast du jetzt versucht, das mit der Axt zu reparieren, oder? Ich hab keine Axt. Achso. Äh. Lol. Geil. Kannst du verbarrikadieren. Das ist ja cool. Du hättest dann kein Fenster mehr in dem Sinne. Ja, ist mir wurscht. Hauptsache. Ablässig. Ich hab keine Axt. Keinen Wert. Nichts. Kann auch nichts bauen. Weil es ist ja nichts da zum Bauen. Aber wir haben ja eine Zeit oben. Da hätt ich eigentlich auch komplett dicht bauen können. Da hätt ich auch. Kein Quatsch. Wird schon wieder hell. Nee, dunkel wird. 20, 28, 48, zu der Helm. So, liebe Freunde, wir sind bei 33 Minuten. Ich werde noch schnell diese zwei Fenster einsetzen. Und dann wird erstmal der Part beendet. Können wir mal den blöden Schrank hier wegmachen. Dann gehen wir auf dem Sack. Ja, schnell. Achso, das warst du. Kannst du sagen. Aber die Truhe ist auf jeden Fall besser wie der blöde Hängeschrank. So. Der blöde Hängeschrank, der ist ja klein im Gegensatz zur Truhe, kurioserweise. Kannst du die Tür eigentlich auch ausbauen? Nee, die ist schon ausgebaut. Echt? Deine? Die sieht anders aus wie die irgendwie. Echt? Oder? Nee. Nee, das täuscht nur wegen dem Licht. So. Ja, aber wir haben schon mal einen sicheren Platz, wo jetzt nicht so schnell, sag ich mal, die Zombies reinkommen könnten. Okay, liebe F... Äh, gesicherte Aufbewahrungstruhe. Ja? Ja, toll. Da kann ich natürlich nichts reinstecken. Nicht? Ja, ist ja gesichert. Von dir. Gesperrt. Warte mal, kann ich das irgendwie... L3? Oh. War jetzt falsch. Also wieder reinhauen. Vielleicht kann ich das ja für dich freigeben. Keine Ahnung. Jo, auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden uns, dass wir die Party sind schon wieder bei fast 35... Wir sind bei 35 Minuten. Nee, kann ich nicht freigeben. Ja, muss man halt. Da muss man eine kaufen. Äh, bauen. Okay, dann... Na, obwohl so eine Kiste wäre schon cool, wenn wir mal eine hätten, wo wir zusammen, ne? Ja, eben. Ich kann nur alles rausnehmen, aber... Und die einzelnen Sachen ansehen, aber... Sonst kann ich hier nichts machen. Das ist doof. Egal. Hm. Werkzeuge? Wo hast du das gefunden, diese Kiste? Bei Möbel oder was? Ja, ja. Ist auch bei Möbel. Ebenboden. Schildern. Störter Steinen. Oder, oder, oder. Okay, jetzt ist es dunkel. Es wird dunkel. Hört man an der Musik, ne? Hm. Kühlschrank, Nachttisch. Ich hab's gefunden. Hölztisch, Hölzzaun, bla bla bla. Da ist auch ein Kühlschrank. Gibt's auch Regale. Hier sind ja die ganzen Regale. Kühlschrank, da gibt's auch ein Ladenregal. Guck mal, da gibt's sogar ein Schmied oder noch in so'n Scheiß. Es war... Holzbogen. Puh, da gibt's noch richtig viel. Ich glaub, Seite 6, glaub ich, war das. Oder? Hey. Ich hab' keine Ahnung. Ich wär' auf jeden Fall hier mal. So. Bitteschön. Na, super. Ich mach' hier extra dunkel, dass die Zombies uns nicht sehen. Ja, die kommen nicht. Bei der Fackel kommen die nicht nur... Bei denen... Hier den. Hier der Fackel. Wie auch immer du das gemacht hast. Mit der linken Maustaste. Äh, mit L2. Drück' ich doch. Ach, jetzt. Oh, okay. Na, der Fackel weg. Landet im... Im anderen Inventar. Egal, wir sollten Feierabend machen, Kollege. Weil... haben wir schon über 35 Minuten, laut meinem Tarot. Was geht's bei mir nimmer? Ach, weil ich keine Fackel in der Hand hab. Fackel, Fackel. Deine Fackel nicht. Deine leuchtet gar nicht. Ich hab' ja auch keine Fackel in der Hand. Nee, da ist nur ein Holz... Dings in der Hand. Ist aber nicht blöd, ich hab' da grad noch die Fackel... Ach. Die ist... Die ist in dem anderen Inventar gelandet. Nicht mehr... Nicht in dem Schnellinventar. Ich guck' grad' überhaupt ne Klau. Wo denn... Holzbogen? Das Ding sieht aus wie... Ja, wie ne Fackel. Genau wie das, was du grad' in der Hand hast. Das machst du über die andere Tür hier oben drüber. Jo. Bitteschön. Boah, Alter, ich sag' grad' jetzt kommt einer rein. Oh, Mann. Wir sollten jetzt Feierabend machen, Kollege. Das ist ein Fenster, nicht richtig ausgebaut. Egal, wir haben 36 Minuten. So, okay, meine Freunde, jetzt sind wir hier mit dem Gebäude wenigstens fertig. Also, die nächsten Parts werden wir auf jeden Fall ein wenig rausgehen, weil wir brauchen auf jeden Fall Nahrung und wir brauchen, ja, Nahrung und da unten ist eine Stadt. Wollen, da müssen wir hin. Der ist eine Stadt? Na klar. Ja, hinten, wo wir gestorben sind. So, die Stadt. Bis mal auf die Map gucken. Du kommst gar nicht hoch, das ist blöd. Du kommst nicht höher, da, wo wir nicht lang gelatscht sind. Da kommst du nicht hin mit den Dings, mit dem Mauskursor da oben hin. Hä? Wir sind nach links? Ja, wir sind nach links gelaufen, dort siehst du doch schon die Stadt. Der Anfang von der Stadt ist die Straße, da ist die Stadt. Kannst du aber da nicht hinzoomen, du, ist auch blöd. Du kannst nur zu dich immer rum hinzoomen. Ja. Na ja. Okay, also dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Part. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.